Mein Einstieg in die Szene ist, wie du krass machst, bis jeder einsieht, Rapper aus deinem Feet, Fragen nach einem Feet, bald gibt es Ski a good type beat. Komplette Energie rauslassen. Und ja, einfach dumm gehen. Ah, ah gut, ah. Kleb Diamanten ins Gebiss, das mein ich, wenn ich sag, ich hab Zahnstein. Das ist es, das ist es. Also ich hab keine große Vorbereitung, sondern ich raste einfach aus. Das reicht schon. Ballern, 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 Ballern. Alles Spaß macht. Ich bin Siagou und ich war Feiern und hab darüber Texte geschrieben. Ich kam ja an und ich dachte, Moment mal, ist ja voll das riesige Festival. Ich bin auch irgendwie angespannt, aber ist eine positive Anspannung. Einfach Liegestütze machen. So wie, vielleicht wie so ein Boxer von einem Boxkampf auch so eine Anspannung hat. Es ist so eine Anspannung, die ich geil finde. Irgendwelche wildfremden Leute öffnen mir ihr Herz, das ist geil, also fühlt sich schön an so und wie mit meinen Fans bin ich auch so wie meine Kumpels auch, irgendwie hab ich dann das Gefühl. Das Wichtigste ist einfach, dass man halt ehrlich und down ist mit der Crowd und sich nicht so cool fühlt, also so einfach so ganz normal mit der Crowd redet und irgendwie, also ich guck in die Crowd, ich weiß was ich zu tun hab und dann geht halt im Prinzip die Party los. Und dann ist auch die komplette Nervosität und so weg, sobald man auf der Stage ist, wir wären dann davor und dann einfach ausrasten auf der Stage. Oh, danke, danke für ihn zu sehen.